die um das Prozent Jahr um ja so in die Ecke und um wo ist die Taste Prozent Uhr und stinkt das kein griechiger Uhr die Gitarren Prise Schüttel zu wir fühlen sich nicht so Prozent Klassonische ausgewählt um B Blöb. Sehen wir immer, was hier los ist. Blöb. Hm. So, ähm, ja, ich glaub, ich beende dann auch die Aufnahme. Ähm, ja, komm her. So. Haften Trapdoors an Glas? Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass wir hier jetzt immer oben rumlaufen müssen. Aber naja, sind wir ja gewohnt, viel zu laufen. Ach, haben wir hier noch den ollen Klo. Deckel, die olle Kloschüssel. Okay, naja. Ähm, wo ist er denn hier? Da ist es. Und du kommst da hin. Ähm. Nur ein Versuch. Nein, sie haften nicht an Glas. Hey, oder obwohl sie zu... Ne, lass ich mal. Auch nicht soziert. Hey, jetzt hab ich... Ne Idee. Warte da. Hier mit Markise. Ne. Ne, das ist lustig, wenn man die überall dran setzen kann. Ey, ich hab ne Idee. Wartet mal. Die Tür steht zu lol. Kann ich denn... Ach ne, das machen wir besser. Hier hinter sind die Schilder weg. Also hier drin. Wir haben hier noch so'n Teil einer Bauart. Ähm, hier. Nein, das geht nicht. Dann können wir hier noch draufschreiben. Ähm... 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 Felder... Und... Und... Anderes... Zimmer... Äh... Felder... Und... Anderes... Zimmer... Ähm... Minus, Minus... Wo geht's denn da lang? Oh, zu den Felden, zu einem anderen Zimmer. Cool. Hm, ja, dann beende ich die Aufnahme. Tschüss. Und da sind wir wieder. Hier in unserem... Häuschen. Ui, 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 ist Nacht. Scheiße, schnell pinnen, bevor wieder morgens die Creeper kommen. Ja, in der letzten Folge, da gab's ja ein wenig Stress mit den, ähm, guten Herren. Hach... So, wieder guten Morgen, liebe Welt. Schauen, ob hier die Nachbarn rumrennen. Nö, rennen nicht rum. So, ist das doch hier gleich viel besser. Hach. Hm, hm, hm. So. Ähm, ja. Gehen wir hier runter. Und... Ach ja, Holz haben wir auch noch dabei. Dumme Tür. So. Ähm, blub. So, du, 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 du. To, du, 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 du. Ach, das muss ich jetzt auch mal ändern. Das Bild da, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier, komm. Ah, dieser alte Blumentopf. Mhm. Ich glaub, wir lassen das Bild und machen uns noch ein anderes... So, ähm, jetzt hab ich die scheiß Wolle natürlich hier oben liegen lassen. Oh, du, 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 hier ein Wolle. Zack. Yep, 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 yep. Schnell runter. Ach, kurz schauen, ob ich noch die Einstellung im Job. Gut schon, sieh, hab ich richtig... 8, das Mikro ist da. Weil manchmal seh ich das nicht. Wir brauchen dafür 8 Sticks. Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist es ein Wollstück. So, jetzt haben wir unser Painting. Ach Mist. Geh runter da. Jetzt geht er runter. Geht doch. So. Und dann. Ha, das passt doch. Hm, ja, geht. So, hier können wir da mal rausgucken. Ja, pop, pop. Also das geht. Blub. Oh, dumme Musik, ey. So, haben wir die vier Chests auch. Ja. Das geht eigentlich. So. So, haben wir die vier Chests auch. So, dann haben wir hier nämlich einen großen Lagerraum. oder groß in Anführungsstrichen. Oder groß in Anführungsstrichen. Hm. Na, können wir hier was reintun. Äh, ja. So, und dann mal hier jetzt gucken, ob hier draußen wieder jemand rumrennt. Und wir denen schon begegnet sind. Ach, ich habe hier zwei Schwerter gemacht. Und, so. So. Mache ich uns noch eine zweite Spitzhacke. Da ich wieder meinen gehen will. hoffentlich finden wir Eisen. Äh, blub. Und, blub, blub, blub. So, warte kurz, dann blub. Hier in der Höhle stelle ich auf Tiny, da man da ja nicht so weit gucken muss. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Was war das? Ach, Erde. So, hier haben wir dann unsere ganzen Gänge. Öpp, blub, 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 blub. Ach, egal. War hier runter. Ähm. Ja. Hier rum. Äh. Hier, warte. Wo ging's denn da lang? Äh. Nirgendwo ging's da lang. Ähm. Ja. Hier so rum und so und so. Und so. Ach. Wo war das denn, wo ich hin wollte? Äh. Ach, warte mal hier so. Hoffentlich stoßen wir mal bald auf ne Höhle. Ich würd nämlich gern mal Höhlen forschen. Erforschen. Ach, Kies. Ähm. So, und hier lang. Und hier geht's auch wieder weg und das weg und das weg und das weg und das weg und Und das weg. Das weg. Naja, wenigstens finden wir cool. Ist ja schon mal ein Anfang. Ah! Hier ist eine Höhle in der Nähe. Irgendwo. Nein, da unten nicht. Da unten nicht. Ebenfalls nicht. Hm. Vielleicht noch über uns. Mensch. Jetzt lasst hier doch mal eine Höhle sein, weil in Höhlen liegt mehr Eisen als hier. So im puren Fels. Och, Mensch. Ist ja ätzend. Na ja. Ah. Kaputt. Ach, Leute. Warum macht denn ihr denn so ein Zin-Ton? Ist doch jetzt immer wieder scheiße hier. Mh. Kotzt mich das an. Ich will doch nur eine kleine, süße, dumme Höhle. Ha! Ist das eine? Nö. Mist. Ach, scheiße. Eisen finden wir so auch nicht. Äh, das ist doch... Echt blöd. Hm. So ein Kicken ist... Äh, blöd, blöd, blöd. Na ja. Hüppen wir mal raus. Wenn ich den Weg hier noch finde. Ähm. Ich will doch nun reden. Und wenn ja nicht mehr da so könntest, die Ul K lunch zum Himmel der G Cook hat. Was da 사che tut. Und wenn man keine Minitanz zu sein kann, dann geht das schon in den Augenchaun. Und wenn ja das noch nicht mehr.